Hallihallo, Hallöchen, da bin ich wieder, ähm, ja, vier Heroes werden als Bann vorgeschlagen, zwei gehen durch. Okay, wir haben eine Crystal Maiden. Wäre natürlich für... Das wäre natürlich gut, wenn man dann einen Build hätte, bei dem man ständig auch noch Mana ist. Hmm... Hmm... Was geht's los? Ajo! Ajo, Ajo, Ajo... Luna... Spectre, nehme ich Spectre... Probier Spectre... Warte ich mal... Was ist denn jetzt wieder los? Ah... Man... 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 Die müssen jetzt zweimal picken, stimmt's? Ja, Feind. Feind. Korb könnte mich natürlich... Mirana mit. X. Was ist X? Kann schon, kann schon... Ach, jetzt ist die Seite wieder so ekelhaft lange. Ja. 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 hmmm hmmm 30 Sekunden zu battle hmmm 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 der Kahn? lange? hmm hmmm 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 scheinbar nico ricky offlane könnte klappen, ist halt die Frage, wir haben Axe und wahrscheinlich Coop hier Axe ist auf jeden Fall da SFS Mid Coop ist hier ok gut ah, den geht ok ah, aber es war schon ok Coop, das wird natürlich ekelhaft, was unser Leben angeht ok hier ist 100% Last Hits hier ist 100% Last Hits ist gerade eben zumindest hmmm war ich jetzt nicht pünktlich genug das wird hier ist ein das ist erst Ich sehe Axe. Das war es nicht wert. Das war es nicht wert. Mein Fehler. Oh, Freeze hat sie nicht mehr. Oh, komm schon. Doch, Boots. Fuck, fuck, fuck. Dieser Shit-Dagger. Dieser Shit-Dagger hätte ihn umgebracht. Blöde Shit-Dagger hätte sie umgebracht. Nein. Dang it. So, sehr schön. Das hilft nicht. Der hat Boots. Und ich bin tot. Oh, mein Corp mich nicht verfolgt. Könnte es noch klappen. Aber der hat auch Boots. Aber der hat auch Boots. Wie schnell ist der denn? 5,2 Prozent Slower. 5,2 Prozent Slower. Acht Sekunden. Der trifft mich noch eins, zweimal. Sieben pro Sekunden pro Sekunde. Neun pro Sekunde. Das tut so sehr weh. Das tut so sehr weh. Oh, Shit. Shit. Das ist natürlich absolut nicht gut, obwohl meine Last Hits noch gut sind, tatsächlich. Ich bin auf jeden Fall. Nice. Ich brauche mal schnellere Boots. Dang it. So, deswegen hatte ich... Komm schon, Mann. Oh, Gott. Oh, come on. Dang it. Das Problem ist, die sind beide Level 4. Ja. So sieht es so aus, dass die Türen so großartig sind, wie ich. Jetzt. Ich bin schon unheimlich. Fuck, der war zu spät. Dang it! Hmm... Hm. Reki, was ist denn? Junge, Junge. Reki? 1, 4, 1. Und Zahn sehen Lars jetzt hinten dran. Oh nein. Ich habe keinen von den Last Hits bekommen. Leck mich doch am Arsch. Na Axe. Ah, shit. Oh, shit. Okay. Oh, shit. Ah, shit. Oh, miss. Hm. Co-op is taught. Come on. For me. Choosing course. Hm. My course is open. Middletard has been destroyed. For me. Oh. For me. Focusing. So it seems. Shit, where are you at? Unknowing. Yeah. Er hat's echt überlebt. Und wenn ich hätte noch einen Furryfire gehabt oder so. Sinn. Oh, mein. Oh, mein. Hoppla. Okay. Vengard habe ich fast zusammen. Drei, fünf. Oh, Partner hat das überlebt. Oh. Okay. Normalerweise müsste ich das überleben. Ex hat schon einen Blink. Das geht mir auf den Sack. Hm. No whiskey. Focusing. Ah. Shit. Ich könnte mit Haunt irgendwo reingehen. Drei, fünf, eins. Mann, ich sterbe viel zu oft. the ghost. Ah. Wisch. Wisch. Wisch! 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 Shit, Mann. Wieso ist der auch... Ja, hat er. Ich hab's gelohnt, um Shutterfine und Quark zu killen. Leicht. Nein! Ah, dang it. Ios Torch. Your bottom tower is under attack. Radiant have fortified their towers. Enemies middle, totally demolished. Your bottom tower is under attack. Hm. Weder Haunt noch eine CP. And your door is completely gone. Fini. Oh. Shit, Mann. Wo war Ricky? Klappt doch. Nicht gut, dass ich... Semi-optimal, aber... Ich hab Haunt. Eine Sekunde hab ich Haunt. Nein. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Da hab ich gemacht. Ich hab das. Schau an! Schau an! Schau an! Ich kann nicht verteidigen. Dagon, was? Ich weiß nicht, was wir machen können. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, zu pushen. Wenn... Warum, verdammt? Shit, Mann. Okay. Oh. Ich habe gesagt, guten Tag, Herr. So es scheint. Ah. Ah. Wofür? Kaum, dass er mich verfolgt. Was ist ein? Ich habe es nicht verfolgt. Ich habe es nicht verfolgt. Und ich war noch nicht mal da. Oh, und ich hab einen Ex-Gang verhindert. Ich hab tatsächlich einen Ex-Gang verhindert. 7, 5, 6, Ricky, 6, 7, 7, Spektrum, äh? 300 fehlen noch. Jetzt vielleicht einen Ticken mehr, aber... Komm schon. Ah, geht ja mal auf die Yacht. Oh. Ach, Dengel. Okay. Bald hab ich mehr Damage. Hm. Na schlecht. Na schlecht. Na schlecht. Ich bin doch schon längst da. Na schlecht. Ja. Da hol mir sein Axe. Das kann ich knicken. Ich hab meine Radiance. Ja, ja, ja. Einfach zu Fuß. Ah. Shit. Ich hab meine Radiance. Ich hab meine Radiance. 7, 8, 11. Ich hab meine Radiance. Ich hab meine Radiance. Ich hab meine Radiance. Ich hab meine Radiance. Man, das nervt. Ah. Okay. Ich werde das mal unter Glück zählen. Und hoffen, dass ich Radiance besser rankomme. Axe ist natürlich... Hm. Ich schlägt mich im Moment, aber damit hab ich kein Problem. Ich hab meine Radiance. Ich hab meine Radiance. Oh mein... Ich hab meine Radiance. Ich hab meine Radiance. Ich hab meine Radiance. Oh. Ich hab meine Radiance. Oh. Das Pugna. Kann er sich wehren? Ich schlägt. Ich schlägt die zurück. Ich schlägt die zurück. Okay. 23. Ich glaub nicht, dass die noch da ist. Nein. Kann ich runter Mississippi List werden x2 Ahhhh. Oh man! Wo bin ich denn? Hmm... Hmm... Ich kann es sehen. Hmm... Nice, ja. Seine X. So... Schon wieder. Wie können wir das denn verstecken können? Hmm... Sef? 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 Sef! Sef! O-Fa! Sef! Sef? Sef! Sef! Ah, ich will jetzt ein blödes Gem haben. Da ist ein Axe. Das will wohl gerade keiner von denen. Leider habe ich kein Heart gerade. Noch nicht. Oh, das hat mich gut vorangebracht. Kann schon mal. Oh. Oh, Shadow Find. Shit. Ich habe es nicht mehr geschafft. Oh. 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 Ich habe keine Vision. 11, 10, 15. Ah, die 10 sind ein bisschen viel. Ah, dang it. Ich habe meinen Haunt nur im richtigen Moment gehabt. Ich meine, mittlerweile sind wir auch auf dem selben Level, aber... 8% Dispersion Version nochmal. 30% vom Damage kriege ich nicht und die kriegen 30% zurück. Zusammen mit der Blademail, wo sie 100% vom Damage, den sie mir entgegenschleudern, zurückbekommen. Und jetzt zeig ich mir. Okay, nur das was ich. Oh. Mit meinem Heart hätte ich es überlebt. Die letzte Nummer. Gym ready. Okay, auf Top. Oh. 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 Chegaien door. Oh. Chegai? Oh. Ich bin da. Ich habe das. Hindi auf hierorden. Oh. Ich bin hier in. Ohhhhhhh. I didn't get it. I got my heart. I got my heart. Oh, I saw that. Oh. Oh. Ohhhhhhh. Hm. Jaja. Ohhhh. 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 Ohhhhhhh. Alex hat Shutter-blenden. Oh my. Why? Alex ist tot. Is nur noch Corp da. Corp ist machbar. Corp ist machbar. Ok. Oh, kann ich beides verteidigen? Jaro ist mid. Ich werde mich nicht mehr finden. Ich werde mich nicht mehr finden. Ich werde mich nicht mehr finden. Oh, das ist ein Schuss. ja ja muss raus aus der base okay so ein abyssal blade Oh. Ja, Maiden ist... Oh! Ah... Na, ich würde mal gucken. Hm. Nur vertreiben, okay. Und ist ready, soweit. Okay. So, okay. Und... Und... Shit. Hm. Oh, meine Passive. Oh, shit, Mann. Oh. Hm. Dang it. Komm schon. Abyssal Blade, das wär's noch gewesen. Jetzt haben sie mich aber mit allen erwischt. Das ist eigentlich, was ich geschafft habe. Jetzt rät die eins aus... Und spät meine Blade Mail ziehen. Hm. Dann mach ich die auch nie im Leben wieder aus. Gut. Jetzt mit Basher. Wird halt hart, wenn er sein... Hm. Und Jim ist hier, okay. Das haben wir also gerettet. Es funktioniert. Hm. 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 Ja, stimmt. Den hat er auf mich eingesetzt. Moment. Mit certainty. Hm, 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 hm. Atvancing. She searches. Exed. Guck mal, da ist ein Ex. Hm, war mein Horn doch für was gut. Ex ist lange tot. Hm. 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 Oh, okay. Hm. Oh, die hat ich überhaupt schon wieder erwischt. Hm hm. Hm hm. Okay. Bitte alle einmal da drauf konzentrieren. Hm hm hm. Hm hm hm. Schaut mal mal Reki. Schaut mal mal Reki. 20 24, das ist so übel. Hm. Ist ein bisschen dreist. Ist ein bisschen dreist, aber nur ein bisschen. Guck mal hier, gebe ich Ricky nochmal einen Tipp, der war echt gut. Boah, Junge. Ricky hat's echt rausgehauen. Der wird sich jetzt freuen, der hat einfach mal 400 Punkte bekommen für seinen Battle Pass. 21, 11, 24. Hat mich, ach der. Oh, das. Ah, das tat gut. Das tat gut. Ei, ei, ei. Was, ein Sieg. Und die alle. Ah, das war so geil. Ich hab bestimmt vier Dispersion Kills. Ich brauch' unbedingt die... Nee. Building Damage. 51.000 Hero Damage. Da hätt' ich mal meine Aufgabe mitmachen sollen. Junge Junge. Axe hab' ich kein eines Mal... Ja, das ist das. Mach' ich gleich. Axe hab' ich nicht einmal gekillt bekommen. Lover Corp 7x, Gyro 6x, Io 5x, Shadowfiend 3x. Axe hab' mich halt 5x erwischt. Das ist ansonsten Io natürlich nicht, irgendwie auch. Und ansonsten... Raph. Alter. Wir waren die ganze Zeit nur auf 30-50% springend. Ah. Na gut, dafür hab' ich an dem Punkt, wo Gyro aufgehört hat zu farmen, hab' ich angefangen zu farmen und zu killen. Player Level, da bin ich... Was ist weiter nach? Gyro. Okay. Ja gut, klar. Beim Farmen war das. Beim Farmen... Hab' ich den überhaupt noch bekommen? Nee, gar nicht. Ich hab' ihn ein bisschen vielleicht gar nicht hier markiert, da ich's bekommen hab'. Ist ja auch nicht dramatisch. Gyro hat noch einen Crystalis. Das ist gar nicht so verkehrt, wenn man sich überlegt. Crit und dann Flag Cannon? Und ich mein' wenn man noch an das Geld führen hat... Hat er einen Zepter? Nee. Ich würd schon sagen... Starf of Wisdom hab' ich gesehen. Ich dachte, er hätte einen Zepter geholt. Er hat sich tatsächlich nur einen Forstarf und eine Harkenpike daraus dann gebastelt. Hmm. Aber er hat... das Burn 9000, Right Click. Spectral Dagger 7000, Desolate 7300 sogar. Version 8000. Das ist mehr... Das ist fast mehr als meine Right Click Damage. Und die Blade Mail natürlich Gyro. Jedes Mal voll reingebrettert. Mit 2500 Damage. Das reicht, um ihn einmal zu killen. Tja, wenn er gewinnt. Wobei meine Last Hits drunter sind. Ja, da hätte ich's geschafft. Meine Last Hits sind drüber. Dafür sind... Ja, das war nicht... Ich meinte Nice. Zwischendurch war mein Farm eben nicht gut. Aber ich hab... Überdurchschnittlich viele Kills gemacht. 20 Stück. Normalerweise sind's 10. Ich bin 11 Mal gestorben. Aber... Zum Schluss seltener. Und dann... Läuft das und die 24 Assists. Ich brauch für Spectrum mal meine... 10.000. Und... Okay. Ähm... Hier... Spectrum... Dispersion Kills. Okay. Ich will jetzt Spectre Relics haben. Ich hol mir Spectre Relics. Warum auch nicht. Kills... Standard. Okay. Kills... Nein. Die Boss Purge mit Manta... Mit... Manta... Mana Reduction. Burn... Ja. Physical Damage. Blade Mail. Radiance Damage. Near Death Kills. Okay. Ja. Okay. What? Triple Kills. Mega Kills. Mega Kills. Three Kills. Warum habe ich beim dritten Versuch ein Doppeltes? Dafür will ich jetzt aber ein... ein goldenes haben. Schlecher. Mana Reduction. Gut. Das sind die zwei Builds, die man hat. Ansonsten wäre es... Nicht schon wieder! Drei... Äh... Fünf Versuche. Zwei Doppelte. Zweimal dasselbe. Leggo Mio. Radiance. Mantar Style. Da ist ja ein Inventar schon voll. Schiebt es euch doch hinten da rein. Was soll denn das jetzt? Sechs Versuche. Sechs... Drei Doppelte. Kein goldenes bisher. Radiance Damage. Na auf. Gold. Doppelt. Was? Vier... Acht Versuche. Vier Doppelt. Was ist das denn? Sonst bin ich bis... Acht Relikte durchgekommen, ohne ein einziges Doppeltes zu haben. Das ist traurig gerade, ne? Das ist sehr, sehr traurig. Fünfte Mal? Ich habe fünf Mal doppelt? also langsam glaube ich das nicht mehr mehr doppelte als relikte momentan zwei doppelte mehr als relikte 3 mehr als relikte es sind noch zwei doppelte mehr mal sehen ob sich das jetzt ändert ist doch ein witz oder das ist wirklich ein witz wieder drei doppelte mehr letzte kommen jetzt noch mal gold das ist dreist realitys is realitys just the fish kind reality ok reality related kills reality is leading to kills was mit dem mehrfach kill hätte ich diesmal machen können ich hatte doch irgendwie hat ich doch fünf mal fünf mal sechs mal vier drei keiner trends win 58 prozent 69 56 57 54 54 54 es hat tatsächlich was gebracht diese pick rate 22 prozent banner 8 prozent tatsächlich noch average meine ja gut ich hatte einige schlechte spiele muss ich zugeben da stets genau 18 spiele 17 wins 11 lost average 8 8 17 ich sterbe am anfang immer zu viel 23 kills 31 assists das ist doch mal wieder das hat sich doch gelohnt longest game against this hero records sind das meine rekorde peak farm 400 last 26 dem nice net worth 29.000 war mein rekord was der hier gewesen sein könnte das hat nicht 29 das war das spiel und 21 kills bin ich nur knapp hinter meinem rekord gewesen damage nee das hatte ich nicht das ist dann mein rekord game 20 29 es ist stimmt das waren meine es ist 31 ist es okay aber jetzt sind drei spiele gewonnen das ist aber schon ein bisschen fünfter vier monaten so ich schreibe jetzt nochmal auf was jetzt bis spektra so läuft und dann oder was mit meinem er so ist und dann ich glaube ich nochmal weg na gut ciao so ich